Über Gutes sollte man oder muss man sprechen, deshalb tun wir das auch bei diesem Preis. Wir multiplizieren auch immer Gutes auf alle anderen Länder, von daher kommunizieren wir es auch in die anderen Länder. Das machen wir zum einen intern als auch extern. Wir haben ein internes Intranet, auf das alle Werke zugreifen können und da wird auf jeden Fall dieses Video auch gepostet werden und wir werden das groß kommunizieren im Konzern. Es ist eine tolle Sache, es ist eine einfache Sache. Viele von den anderen Werken können auch davon profitieren, daher werden wir das sehr groß publik machen. In der Unternehmenskommunikation wird natürlich diese dritte Goldene Hand weltweit, global kommuniziert, auf allen Kanälen und natürlich setzen wir das auch ein bei unseren Kunden, die uns besuchen. Stellen wir natürlich auch die Goldene Hand vor, weil man sieht sie auch hier in der Vitrine. Die Goldene Hand – der bedeutendste Preis für sichere und gesunde Arbeitsplätze im Handel und in der Warenlogistik. Jetzt bewerben unter diegoldenehand.de ZD- Vielen Dank.